Sie möchten bestimmt auch immer, dass Sie es hören, wenn es bei Ihnen klingelt und dass Sie jeden Gast natürlich empfangen können und dass Sie es auch immer mitbekommen, wenn zum Beispiel der Paketbote an der Tür läutet, dass Sie das natürlich sofort mitbekommen, dass er nicht wieder abzieht mit Ihrem Paket. Aber manchmal ist das einfach schwierig, wenn man hört die Klingel nicht, man ist vielleicht unten im Keller, da bekommt man das einfach nicht mit. Wie schön wäre das, wenn man in jedem Raum eine Klingel hätte, wenn man aber auch vielleicht, wenn man mal schlafen möchte, die Klingel ausmachen könnte oder wenn jemand anderes schläft, dass man die Klingel ausmachen könnte, aber dass man selber die Klingel vielleicht sehen könnte durch ein Blinken, wenn jemand dann klingelt. Das wäre doch clever. So was haben wir für Sie. Und zwar ganz einfach zu installieren. Es ist so eine Sensation. Es macht wirklich richtig Spaß. Es macht richtig Spaß und ich habe gerade dieses Bild im Kopf, wenn der Postmann zwei mal klingelt bei Kati. Ja, den hört Sie jetzt definitiv, denn Sie haben eine neue Klingelanlage und Kati nämlich auch, weil, schauen Sie sich das mal an, das ist einfach genial. Sie haben einmal diesen Taster hier auf der Außenseite, IP44, also auch wassergeschützt, spritzwassergeschützt war das Wort so. Den bringen Sie da einmal an. Sie brauchen keinen Strom, Sie brauchen keine Batterien, kein gar nichts, weil das ist ein sogenannter kinetischer Taster. Das heißt, einfach durch dieses Runterdrücken hier wird genügend Energie erzeugt, um, Achtung, das Signal zu übertragen und zwar bis zu 150 Meter weit. Und da haben Sie auch schon gerade gesehen, was Kati gerade sagte mit diesem Leuchten. Das ist eben jetzt auch so was Tolles, dass Sie bei Ihrem Empfänger einstellen können, ob der akustisch sich melden soll, optisch sich melden soll oder beides und ob er dabei auch noch blinken soll oder ein Standlicht zeigen soll. All das geht und Sie bekommen jetzt nicht nur einen Taster und einen Empfänger, Sie bekommen ein Set aus dem Taster und zwei solcher Empfänger. Also so sieht das Ganze hier einmal aus, bitteschön, nebeneinander. Das ist definitiv das Set, was man heutzutage braucht. Ganz einfach deswegen, weil, schauen Sie mal, Sie haben einen doch wahrscheinlich im Flur immer permanent, einen Empfänger, richtig? So, was machen wir mit dem Zweiten? Den nehmen Sie einfach überall hin mit, wo Sie ihn brauchen. Oder wenn Sie sagen, eigentlich ist es bei mir immer nur die Küche, da höre ich dann nicht, wenn der Postmann klingelt. Kein Problem, dann packen Sie den Zweiten in die Küche. Oder wenn Sie sagen, das ist im Keller oder im ersten Stock oder im Schlafzimmer, im Badezimmer, wo es auch sei, wo Sie sagen, da habe ich manchmal so ein Problem, die Klingel reicht bis da nicht ganz hin. Da packen Sie den Zweiten ganz einfach hin. Jetzt haben wir noch einen Vorteil. Ich zeige Ihnen das mal hier vorne auf unserem Gerät. Da kann ich nämlich jetzt auch noch einstellen, wie laut das Ganze ist und in was für einem Modus das Ganze leuchten soll. Und ich habe 58 verschiedene Melodien und Töne. 58 Melodien! Hören Sie mal! So was hier, ja. Also da findet wirklich jeder seinen perfekten Klang. Melodien, Ding Dong, ich habe den Big Ben gehört und vieles, vieles mehr. Da ist das schön. Da stellen Sie einfach ein, wie Sie das gerne haben möchten, dass Sie es auch wirklich am besten hören. Weil für den einen ist es ja mehr so ein Ding Dong, für den anderen ist es vielleicht mehr so ein Vogelgezwitscher, wo er sagt, das kriege ich am besten mit oder so. Und das hat ja nicht unbedingt irgendwas mit schlecht hören können zu tun. Ich kenne das ja aus eigener Erfahrung auch. Manchmal steht man einfach in der Küche, brutzelt irgendwas oder man reinigt vielleicht gerade irgendwas oder Staub saugt oder hat sonst irgendwelche Aktivitäten, wo man sagt, ich habe es einfach nicht gehört. Und ärgert sich dann, dass im Postkasten dann plötzlich eine gelbe Karte liegt und man sagt, Mensch, ich war doch zu Hause. Aber auch der umgekehrte Fall, dass Sie sagen, naja, Kathi hat es eingangs schon erwähnt, ich möchte aus welchen Gründen auch immer nicht, dass jetzt meine Klingel klingelt. Ich möchte aber trotzdem mitbekommen, wenn jemand vor der Tür steht, wenn zum Beispiel die kleinen Kinder schlafen oder der Partner, dem es vielleicht gerade nicht so gut geht, der sich ein bisschen erholt und man sagt, na bitte nicht gerade jetzt, aber ich weiß, der könnte kommen. Brauchen Sie auch gar nicht mehr das Ding Dong. Schalten Sie einfach den entsprechenden Modus um. Dann können wir nämlich einfach auch sagen, soll jetzt nur blinken oder leuchten, sofern draußen die Klingel betätigt wird. Ein absolut geniales System und Sie bekommen jetzt hier unser komplettes Set aus Einmaltaster und zwei dieser Funkempfänger mit einer Reichweite von bis zu 150 Metern. Einfach ab in die Steckdose zu einem sensationellen Preis. 25,56 Euro. Überlegen Sie mal, 25,56 Euro. Und da sind jetzt zwei von diesen tollen Blinklichtern und Klinglern dabei, da sehen wir es gerade nochmal. Und die können Sie ja in jede Steckdose stecken. Überlegen Sie, bei sich im Flur, dann natürlich im Schlafzimmer, wo Sie möchten. Auch mal mitnehmen, vielleicht dann nach draußen oder in den Keller. 150 Meter Reichweite. Und dann zusätzlich in diesem Set natürlich hier der, sage ich mal, Klingelknopf. Dieser Taster, der ist auch mit dabei. Also genauso wie Sie es hier sehen, Klingelknopf. Und zwei von diesen beleuchteten Klingeln sind für Sie mit dabei, die Sie jeweils in eine Steckdose stecken können. Für 25,56 Euro. Und alles kabellos innerhalb von Sekunden installiert. Das hat man einfach eingesteckt. Man braucht keine Batterien, kein gar nichts. Keine Installation, nichts. Das ist so super schnell gemacht. Also wenn Sie möchten, vielleicht auch für die Ferienwohnung, wenn Sie da was haben möchten, noch ein zusätzliches Set. Oder vielleicht ein separates Set auch nochmal für den Keller. Für den Kellereingang kann man das ja auch nochmal zusätzlich bestellen. Wenn man weiß, oh, ich möchte am Keller vielleicht eine zusätzliche Klingel haben, wenn da Besucher kommen oder so etwas. Können Sie das da installieren. Das geht ja rucki zucki. Hat man ja ganz schnell gemacht. Und Sie suchen sich aus 58 Melodien dann Ihre Lieblingsmelodie aus und können hier dann natürlich einstellen, ob es blinken soll oder nicht. Für 25,56 Euro. Vielleicht hat man auch eine Einliegerwohnung noch irgendwie mit drin. Da kann man das auch zusätzlich bestellen. Camper vielleicht, Caravan, dass man sagt, da möchte ich einfach auch, dass da jemand den Taster bedient. Und dann weiß ich, da steht jemand vor der Tür. Oder vielleicht funktioniert auch die Klingel aus welchen Gründen immer nicht mehr so ganz oder zuverlässig. Kleine Geschäfte vielleicht sogar. Also es gibt tausend Einsatzmöglichkeiten. Man könnte sogar überlegen, wenn Sie da vielleicht gerade jemanden haben, dem es nicht so gut geht, der bettlägerig ist. Und dann sagt man, ja, okay, guck mal hier, du kriegst den Taster, wenn du was brauchst, drück da drauf, dann kriege ich das mit, dann höre ich das Ding Dong oder was auch immer für ein Geräusch Sie da wählen. Und dann kann der Sie entsprechend rufen. Dann können Sie hingehen und sagen, okay, was brauchst du? Also es gibt wirklich tausend und eine Anwendungsmöglichkeit, eben weil ich jetzt hier diesen Taster habe, den ich nicht mal mehr mit neuen Batterien oder mit Strom versorgen muss. Oder es kann ja auch sein, dass Sie vielleicht einfach ein bisschen, ja, wie gesagt, so jemanden kennen, wo Sie sagen, ah, ich war da schon fünfmal vor der Tür, aber der Onkel Heinrich, der kriegt es manchmal nicht mit, weil er nicht mehr so gut hört oder das Hörgerät gerade irgendwo verlegt hat oder sowas. Sehen kann er ja aber noch. Das ist einfach ideal, egal ob jetzt, wie gesagt, kleine Kinder, alte Menschen, Bibliothek, Party von mir aus auch, dass Sie da ganz einfach sagen, war ein bisschen laut, ich habe es nicht mitgekriegt. Sie können ja noch mal aktivieren hier Ihr Blinklicht oder Ihr Dauerlicht, wie Sie es brauchen. Also ein geniales Produkt zum genialen Preis. 25,56 Euro, der TV-Sonderpreis ist ab jetzt für Sie verfügbar. Und Sie wählen natürlich Ihre Melodie selber aus, die das Gerät abspielen soll. 58 Töne stehen Ihnen zur Verfügung. Hier sehen wir noch mal diese super schnelle und leichte Installation. Einfach den Taster dann anbringen, da wo Sie ihn haben möchten. Das kann außen sein, das kann natürlich auch an einer separaten Eingangstür sein, von einem Raum, von einem Eingang, von einem Kellereingang zum Beispiel, von einem Gartentürchen oder sowas, wo Sie möchten. Und dann hier diese jeweiligen Klingeln, die Sie haben, die Sie einfach in die Steckdose einstecken. Da sind zwei Stück im Set mit dabei. 150 Meter Reichweite, das Komplett-Set für 25,56 Euro, die PX3395569. Das ist Ihre Bestellnummer. Also innerhalb von kürzester Zeit installiert. Und hier sehen wir auch noch mal das Blinken oder dann mit Ton oder nur Blinken, wie Sie möchten. Also das ist alles super leicht und einfach einzustellen. Hier an der Seite sind ja noch mal die Bedienelemente für Sie. Also da braucht man keine Bedienungsanleitung, das haben Sie ganz schnell gemacht. Und auch das Einstecken ist ja innerhalb von kürzester Zeit gemacht. Und dann hat man halt eine zusätzliche Klingel noch mal, die einem dann viel, viel Freude macht. Und da verpasst man nicht mehr, wenn jemand vor der Tür steht oder man ärgert sich oder man denkt sich, ach, jetzt klingelt das wieder, obwohl es gar nicht klingeln soll. Ja, ich hätte es ja gerne ruhig gehabt, hätte aber trotzdem gerne vielleicht gesehen dann, dass jemand vor der Tür steht. Das hier, das ist eine intelligente Klingel. Das ist eine schöne Klingel mit Ihrem Lieblingsklingelton dann selbstverständlich auch. Ich finde, das spielt auch eine große Rolle, dass man sich seinen Lieblingsklingelton einstellen kann nach Wunsch. Also gibt es sogar dann auch für spezielle Gelegenheiten den perfekten Klingelton. Also suchen Sie sich Ihren schönsten raus. Es macht richtig viel Spaß und einfach zu installieren ist es auch. Auch PX3395 und die 569 ist innerhalb von zwei bis drei Tagen dann bei Ihnen zu Hause. Und dann verpassen Sie niemanden mehr, ne? So sieht es mal aus. Wir packen den noch mal dazu, damit Sie auch noch mal sehen, was Sie hier alles bekommen. Das Dreier-Set aus Taster. Zwei Empfänger zum Spitzenpreis. Rufen Sie jetzt an. Gehen Sie die Leitung. Wir wünschen damit viel Spaß.